Musik Tony und Chip machen Urlaub. Während Chip in den Palmen klettert und versucht, Tony mit Kokosnüssen abzuwerfen, geht Tony am Strand entlang. Chip läuft zu ihm. Mir ist langweilig. Was machst du denn eigentlich da? Komm und geh mit mir schwimmen oder Fußball spielen. Nein, ich werde die Seesterne retten. Mann, Mann, Mann. Entweder liegst du faul in der Sonne und isst dich voll oder du versuchst, die Welt zu retten. Der Strand ist viel zu lang, um alle Seesterne wieder ins Wasser zu werfen. Außerdem, was macht es für einen Unterschied, wenn wieder einige im Wasser sind? Tony nahm einen Stern hoch. Für diesen einen macht es einen Unterschied. Das sah Chip ein und half Tony dabei. So waren sie schon zu zweit und schafften es, sogar alle Seesterne wieder ins Wasser zurückzubringen. Merke, du kannst die Welt nicht alleine retten, aber du kannst ein bisschen tun. Du hast vielleicht Leute, die dir helfen und ihr könnt vieles erreichen. So waren sie schon. So werden sie schon?